Ich liebe es, ein Blatt Papier zu nehmen, einen Schreiber zu nehmen und einfach mal darauf los zu zeichnen. Und es hat eine meditative Wirkung. Man kann seinen Gedanken ein wenig nachhängen. Ich bin Kathalina Müller und studiere Pflege an der FHS St. Gallen. An der FHS schätze ich besonders, dass sie extrem vielseitig ist. Man hat die Anatomie und auch das Praktische, kennt Symptome, kennt gewisse Anzeichen und es bringt einem schon eine gewisse Selbstständigkeit dann schlussendlich mit. Im Praktikum habe ich die Möglichkeit, mit dem Ärzten zu diskutieren, ob er die bestmögliche Behandlung für den Patienten. Und dadurch, dass man so effizient zusammenarbeiten kann mit dem Ärzten, hat das einen extrem guten Outcome schlussendlich für den Patienten. Man gefällt an der Pflege besonders gut, dass man eine intensive Beziehung zu den Leuten hat. Ich geniesse es wirklich, um mit diesen Leuten einen Weg zu gehen, um sie über eine längere Zeit immer wieder zu sehen und zu behandeln. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne viel los hat. Ich schaffe den Spitex, gebe auch Nothelfer-Kürse. Ich genieße es, um mit meinen Kollegen zusammen zu sein. Ich habe gerne, wenn etwas läuft, dann sehe ich mich ein. Ich genieße es. Vielen Dank.